So liebe Leute, wir haben hier die Präsidentenflugzeuge mit dem Daxter, dem Kloppo und dem Axos, zusammen mit dem P-Freak und äh, wir gucken mal, wer die Geiser am schnellsten tötet. Hallo hier Jungs! Hallo! Du, Fuse. Ja! Mit in den Geiser rumfusen, ja? Ja komm, wir haben schon einen Ican Shoot dabei, von daher... Beste Voraussetzungen! Die beste Voraussetzungen... Oder bitte fusen, sobald er im Raum ist. Ja, genau. Okay, mach ich. Ja, also, äh, wir haben im Team, haben wir, äh, haben wir eigentlich nur, nur Low Level und wir haben, äh, ein PC dabei, also ein Potato Computer und das ist unser Blackbeard. Potato Computer, das ist ein... Oster. Das ist der Unterschied zwischen... Äh, die sind vorne beim Präsidenten. Dings. Ja. Oh, ich mach vorne nicht. Soll, ich lande ganz hinten. Ja, ich auch. Da kann man nicht rein. Lass mich durch! Shoot. Ei. Also, die haben auf jeden Fall... Juhu. Juhu. Okay, ich hab ne Idee. Also, die machen die Tür schon mal auf. 10 Sekunden bis Einsatz. Oh, wir haben Glatz dabei. Wer, wer spielt Glatz? Angriff erlaubt, findet die Geisel und bringt sie zum Evakuierungspunkt. Äh, du gehst von hinten rein? Nein. Die Tür ist schon eng. Der Axtor stellt sich schön hier auf das Ding und holt die alle weg. Hier. Und ich geh mir den Spass von vorne angucken. Ich seh, aber nicht so geil. Ich seh, aber nicht so geil. Schreusprengsatz aktiv. Zünde Streusprengsatz. Ah, schade. Boah. Ich glaub ich hab's gesehen. Ach, ich hätt dich schon gewarnt. ich mir auch nicht gut aber ich hätte es versucht ich hab ihn mal angeschossen nee das ist nach unten ich hab die geisel verletzt warte warte bevor du führst alter sind die geisel hinter geisel ich kann die geisel in den fuß schießen aber ich glaube nicht allzu viel der verbleibende gegner weg der kollege ey nicht die geisel anschießen das war keine geisel doch der kriecht doch hier vorne da in der ecke was auch ich gehe mal rein und locke nein eigener top hat gegner eliminiert ok ich locke mich hm wer sagte jetzt gleich nochmal es ist eine schlechte idee in den geisel raum rein zu füßen ich hab auch eine granate reingeschmissen also macht ja ich auch ich hab die geisel verletzt ja gut du bist doch dumm richtig weil ich hab die geisel nicht verletzt свет ich hab gleich muskelkater im Gesicht Egal, du musst gesichert werden Den Raum hält Amor Gut, dass ich mal wieder in den Facebook-Chat Och, Alter, ich treff das Scheißding War das low Ja, ich kann den Shooter auch nicht Ja, ich konnte den Shooter War das low Oh laddiweil, Fedo Ich wurde entdeckt Hier ist ne Drohne dran, Bede Es bleiben noch 10 Sekunden Die Position der Geisel ist bedroht Bereit machen 2 Sekunden Kannst du machen? Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt Ach, Scheiße, wir haben die Decke vergessen Ja, lass mal Warte, lass mich raus, lass mich raus Komm ich mal davor Komm ich mal hoch Jetzt mach dicht Platziere Stacheldraben Kommt Klopper aber nicht mehr rein, ne? Ja, ist egal, ich bleib oben Ja, ist egal, ich bleib oben Ich bleib draußen Der Boden hält jetzt mehr aus Aber es war wichtig, dass wir die Decke auszumachen Sonst kommen die von oben einfach rein Ja, ja, okay Hinter der Tür, Axos Ein Schild, ein Schild Montag hier Jetzt verlaufe ich mich schon Jetzt verlaufe ich mich schon in nem Flug Wuuuuh, no scope Oh, ist das bitter Oh, ist das lächerlich Ich versuche ihn rauszulocken Oh, ey, ohne Witz, ey, ich bin so dumm Komm, nehm runter Ich verlaufe mich in nem Flugzeug Ja, komm Da ist noch einer, Axos, pass auf Da ist noch einer? Geh weg, geh weg, Axel Meiner Ich hab den auch gerade von hier Bäm! Meiner Wieso hab ich keine Granate, wenn man sie braucht, ey? Wutz, Kasala Kloppo, bist du noch oben? Ne, der ist hinter uns Durch ihm Ja, würd ich sagen, er lauf mal einmal rum um den Jo Ne B, ich finde Linke Seite die Ash Ich lade nach Headshot Ich kann ja nicht mit dem Bistel spielen, aber jetzt Ich kann ja nicht mit dem Bistel spielen, aber jetzt Tür gesichert Kann ich den nicht umhauen, oder wie war das? Ja Ah, scheiße Danke, Bene Ne, bin ich nicht Alles mir egal Danke Ja Nein Jetzt hat sie mich erwischt Mich auch Ah, mich auch Die Ash, ne? Ne, IQ Du Jetzt hab ich vorhin ne... Ja Ja Ja, nice Ich wär jetzt auch von hinten da gewesen, Bene Ah Wo ist mein Replay? Unglaublich Un-fucking-fassbar Oh mein Gott, ja Beide Fallen haben zugeschlagen Die lagen mitten im Weg Irgendwo Durch das Schild nicht gesehen Ja, und die andere ist auch reingejumpft, weil er wollte über die Geisel Ja Aber Die Falle schlägt zu Toooost Na, Bene, solltest du doch Lotto spielen Ja, heute schon Ihr müsst die Geisel finden Alter Schwede Vor allem, das war so nubig Na, die sind oben Äh, wie da vorne Komm Schieß auf die Geisel Ja Oh, schade, jetzt hat er mich gedrückt Also die, äh, Jungs Info, die haben die Geisel angeschossen Hahaha 10 Sekunden bis zum Einsatz Axos weiter links Da 5 Sekunden bis zum Einsatz Geisel entdeckt So Ähm 10 für GTS Last Yeah, James Ah, James Hahaha Gott, die Ach ne, Miss Sophie Miss Sophie Nicht James Äh, shame Because she is here Hahaha Miss Sophie Boah, Alter, ohne wirklich bumfel er echt in den Arschwähne Arrrrr Äh, Stop Ey, was machen wir denn hier? So viel Leute Geht ihr mal vor Äh, Achtung Kapkandrat Hallo alle Linke Seite Ganze Linke Seite der Tür Oh, andere Seite, du Idiot Man Achso, Entschuldigung Ich dachte du wärst der Fremde Oh Ja Felix, Linke Seite Linke Seite Linke Seite Der meinte aber das andere Link Bumm Boom Was geht denn ab? Boom In dieser Nacht Äh, deck mal einer ab Ach, die Huppen direkt da um die Ecke Ah, mein Schott und ich bin tot Kessel Kessel hat kassiert Schönen Kloppo Ja, Füß rein Komm, gib ihm Sto, ich spreche was aktiv Wo ist er? Äh, Jägerabfanggerät nochmal, einen hinterher setzen Ne, setzt doch rein hinterher Ah, schade Da hab ich nichts mehr Au Wir schießen auf deine Füße Das hoffe ich doch Äh, der ist direkt einer, ähm Carsten, ist direkt einer rechts rum der Ecke Wenn du da reinkommst Also so deshalb, mich haben sie vorhin da gekillt Genau das selber Äh, Kloppo, kannst du durchjumpen Hol die Klar durch Nee, hol, hol, hol Carsten Spritter Es sollte nichts passieren Wenn du direkt da vorbei rennst Dankeschön Dankeschön Jetzt müssen wir aber irgendwie die Tür da wegkriegen Das war mein letztes Sprenggedöns Hast du irgendwas was sprengt? Ich hab nur ne Haken Ich hab nur ne Granate Ja, schmeiß die Granate mal runter her Ja, so Waffe, Splinter, Granate Schön Schön Eif Kloppo, linke Seite, liegt der Steh Knie 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 Ein Gegner verbleibt Schön Jetzt hinten links in der Ecke Nur noch einer von eigenen Truppen Der links Ja, immer noch links Carsten Da steht ein Schild und dann ist er links Nee, linke Seite, da kommt er Das ist die Geise Da, genau Noch weiter links? Ja, ganz in der Ecke Ja, ganz in der Ecke Da hast du das Schild gesehen und dann links von dem Schild Warte mit der Drohne rein, dann guck eben Nee Hab ich keine Zeit Genau, gib Gas No risk, no fun No risk, no fun Komm, schenken wir den noch ne Runde Ja Ja Und in diesem Sinne Und dann eben der Geise und Heddy geben Und dann eben der Geise und Heddy geben Ciao 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 und